ARD Text im Auftrag von Funk Ach du Scheiße Ach du Scheiße Hey Leute, ihr müsst einen Detour machen, etwas Großes geht. Es ist auf 10-10-Winne, jetzt! Tune es in! Und eine andere ghostliche Sighting hat Staff in der New York Public Library für Antworten. Die Grey Lady. Let's get her for real this time. Go! Okay, ab zum, äh, zum Übertrag. What about the museum? It's been there for 104 years. Where's it gonna go today? Um, this thing you guys have for the Grey Lady Borders on the Wheel. You know that, right? She made us look like schmucks. Not this time. Oh, and another thing. Pat called and said that I'm required to tell him where you are and what you are up to. Tell him, you can meet us at the museum. We'll be there. Eventually. I'll go to the library. Haha. Haha. Also erstmal in die Bücherhalle. In die Bücherei. Okay, ist abgesperrt sogar schon. Das heisst, diesmal laufen da keine Gäste rum wie beim Museum. Hä? Ich dachte, wir sind da doch an dem Museum. Ich dachte, da war ein Zipiherhalle. Okay. Ist doch die Bibliothek. Das sieht nur so aus. Okay. Ich hatte Zeit für irgendwelche Fans. Wow, große Spikes. Hey Cadet, du musst das sehen. Ich suche die Löwenstatue. War wieder zu schnell. Ich wollte schon reingehen direkt und einfach ranfahren. Woah. 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 Okay, nach ihnen. Also ich bin schon drinne. Also noch konnte ich grad nicht mein... ...mein PKA Meter ausreiten. Jetzt können wir. Jetzt geh mal hier hoch. Die werden ja benachrichtigt, bevor wir... Ach, warum schießt der denn? Ich wollte den gerade schon scannen. Echt mal. Das ist nicht ganz ruhig. Okay. Okay. Oh. Oh, ne Schroppflinte sind wir bei den hier. Ist ja cool. Tschung. 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 Alles klar. Aaaaah. Ahaaaaaaaah. Aaaaah. I've been conducting an experiment in which I sleep in average 14 minutes a day. It leaves me a lot of time to work. Great! Ready to roll! Hey, hot! Und damit kann ich ihn also slowen, guys. Ist der jetzt unten oder oben? Offensichtlich unten. Wups, hab ich vollgeschleimt. Iiiiih! Ist ja ekelhaft. Ich hab's immer dabei, das Ding. Ich hab's immer vor mir. Ich frage, wo der jetzt denn ist, der Geist? Ich hab's immer dabei, das Ding. Ich hab's immer vor mir. Oh, hier ist sowas, den der... Geist sah. Ach, da oben. Und wir folgten unseren Mann in hier. Und er gab uns den Schluck. Wir vertreten eine sehr starke Anomalie hier. Oh-oh. Wir haben was großartig. Oh, Bücher-Grolim. Das ist ein feines Beispiel von einem Level-Six-Bidimensional-Material. Egon, hab ich gesagt, dass du eine gute Idee hast, um auf den Balkon zu kommen? Okay, okay, okay. Dann lass mal ob ich zulauf, dann spring ich einfach zur Seite wie eben. Und tot. W feito! W Jetzt hätte ich es bevor das Bild von ihr, kann ich das scannen von hier? Ist so richtig, dann kann ich da durch. Ich würde es gerne scannen, aber ich komme nicht ran. Ich würde mal skillen, um die Reichweite zu erhöhen. Ähm, Buschstrahl, Stockstrahl, wo sie da später noch mal reinkommen scheinbar. Ach, da kann ich durch, oh da bin ich doof. Da kann ich durch, deswegen rennen wir erstmal einmal, äh, komm ich da durch? Okay, schau mal nicht so wie ich will auf jeden Fall. Was ist das hier? Diese Hexe, wie kann sie bei uns bloß den Mund verbieten? Wups, ich bin erschreckt. Okay, sie schmeißt ein bisschen mit Büchern. Das ist nicht schlimm. Ah! 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 Oh tu scheiße! Okay! Ach die Scheiße. Hier, einfach raus! Okay. Äh, ja. Äh, ja. Ich würde sagen, ich hier zusammenbleiben ist jetzt schwer, wenn mir vorgestellt wird, wo ich langlaufen kann. Jetzt habe ich dich. Was? Oh nein, Junge, schau! Es kommt deinen Weg! Okay, wo ist denn? Wann habe ich den schon gescannt, oder nicht? Huch! Ich bin scheiße, alle Bücher hier. Wuppsala! Okay. 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 Kann ich jetzt weiter? Ah, okay, hier lang. Ich habe ihn gescannt! Und hier ist irgendwas verstecktes. Die Lampe. Okay. Ja, keine Angst vor euch Büchern. Oh, ein Buch-Grolem, oder so. Okay, sie gibt mir, jetzt gibt sie schon sehr viel Mühe, mich zu erschrecken, auf jeden Fall. Ja. Gefunden. Ist hier irgendwo da? Geisterbücher! 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 Kacke! Oh, was? Okay, krass, die machen extrem viel Schaden. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Heftig. Die haben uns aber eben so gewonshottet, jeden. Krass. Kein Problem. Laden wir kurz und machen weiter. Wäre ja auch zu langweilig, wenn ich auch. Nur mal einschwiegert es gerade so, äh, überhaupt nicht verliere. Okay, Leute, es ist tot hier. Ein guter Typ. Du auch. Hm, wir brauchen noch mehr. Jetzt haben wir das Ganze nochmal. Kein Problem. Hey, Kind, was ist deine 20? Ich bin in einem schwarzen Tunnel, um schnell zu einem schwarzen Licht. Uff! Klass-1-Swarmers! Pesky, aber combustible. Alle töten! Alle töten! Wir müssen stehen bleiben. Wir müssen uns nicht erwischen. Okay, wir haben es. Samurai-Vanimator. Ich trage den Schluck hier. Da ist der große Fisch. Sie sehen, was er hat er getan hat? Drei ihm eine neue Haus. In unserer Containment Facilität. Jetzt! No! BAM! Autsch! Hier haben wir schon, hier haben wir schon Boom, in die Falle gesmashed Aufheben, so Auf dem Weg, schließt sich wieder Egon an Alles klar, kriegen wir hin Ja alles gut, mir geht's super, wow, das habe ich ja schon Komm, sterb schon, guck mal ob ich es gehabt, Kollege, wer ist gesiegt, scheinbar, du hast der andere, ist er weg, scheinbar haben wir ihn, okay, kein Signal im Raum scheinbar, gehen wir weiter, wow Was ist er denn, was brauchst du noch, so Kein Thema, wir spielen Call of Duty, das ist kein Thema, Blacks sind da und so Keep your eyes open, Team, she is upping the ante Thanks for the warning, Ray but I have no idea, what you are talking about You may want to just take our word for it I miss that, Ray please repeat Shhhhhhhh, end up with the shotgun Well, at least we're getting closer Could not hear a word of that, Ray Ray! Ah, da landen wir sie. Oh oh, ganz viele Bücher. Ich muss ja auch passen, die dürfen mich NEGA wischen. Ich hab hier jetzt echt die Granate ganz gut hier, diese Sparm. Ich zieg's da selber damit hin, wenn ich gleich vorhin stehe, aber... Schaut halt viel auf einmal raus, du? Wicht auf der Seite. Auf der Seite! Ich weiß nicht, dass du dich schickst. Auf der Seite! Hilfe! Halt! 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 Das wird nur für eine Minute verhörten. Kinder-Fücherei. Ich hasse Kinder im Hauber-Spielen, wie gesagt. Ach du Scheiße. Ganz viele Kinder abdünken. Wo fühlen sie hin? Und die heulen. Okay. Guck. Verstecken sie sich vor irgendwas? Okay. Komm raus, komm raus. Oh mein Gott, wir sind nicht alleine. Wow. Mir geht's so weit glaube ich gut. Oh nö. Was hat er noch gesammelt? Das klingt gar nicht gut. War er ein Pädophiler oder so? Aber die scheinen sie gerade zu verstecken vor ihm. Sie heulen. Kamen wir hier rein? Nee, da hinten kamen wir rein. Bye. You got that right, Scooter. Wollte ich irgendwas übersehen? Wollte ich irgendwas übersehen? Ich meine, die Rufung Hilfe. Mama, helf mir, etc. Ich meine, die Rufung Hilfe. Mama, helf mir, etc. Hier ist alles ruhig. Dieses Buch ist gruselig. Dieses Buch ist gruselig. Ich habe da im Schrank vielleicht irgendwas versteckt noch. Okay. Ich habe ein bisschen zu kapieren, was die Geister mir eventuell sagen wollen. Hier war die Geister, die Handbrücke von hängen. Aber hier waren wir. Hier ist nichts weiter. Hier ist ein Fußabdruck gewesen, aber mehr Abdrücke sind hier nicht, ne? Nee, hier sind keine Abdrücke von den Händen oder Füßen von den Kindern weiter. Ach, guck mal hier. Hier. Die jungen Leute lieben uns. Ich habe nicht ganz verstanden, dass jetzt die Geschichte hier ist, aber... Irgendwas haben wir aufgedeckt scheinbar hier. Ich denke mal, der... Ich denke mal, der komische Typ war nicht nett zu den Kindern. Geh, komm, vielleicht schaffen wir jetzt halt dieses... ...diese Erfolge noch. So. Sie würden uns irgendwas zeigen, ich glaube, sie ist gar nicht böse. Woa! 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 Valence ist auf. Sie hat sicherlich irgendwo einen Trace verlassen. Ja, schau das aus. Ich fühle mich an. Oh cool, schritte Passagen. Diese sind großartig. Ich habe voll die Falle gelaufen. Andere Seite von den Büchern gar nichts mit mir. Sie ist vielleicht mehr körperlich, als wir dachten. Die Spesen, wenn ich sie gefangen habe, müssen wir auf jeden Fall einen Cut machen. Das müsste das Buch sein, ne? Das müsste das Buch sein, ne? Hey, I'll bet this is a trap. Welcome back, Ray. Mit Sicherheit dieser Codex von Gotha. Oh, oh. Hey, mein Freund. BAM! Weg mit dir. BAM! Weg mit dir. BAM! Weg mit dir. BAM! Okay, es bewegt sich wieder. Für Bücher ist das schwer, wenn wir immer noch. Für Bücher ist das schwer, wenn wir immer noch. Oh, 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 oh. Cack, langsam. BAM! Weg. So, Ruhe. Wo ist jetzt das Buch da? Ach du Scheiße. Ups. Da war leider mein Kollege im Weg. Wir sind nicht Blindgegen. Wir haben eine Entwikkelinge. Wir haben unsubrad angelegt. Dann haben wir unsubradiert. Wir haben einen Stein representiert. Wir müssen unsihe, die auf и anderswo. Wir werden unsubradieren. Wir sind nicht mehr. Aber le진. Wir müssen unsubradieren. Was ist das so wichtig? Wind, was wir aufpricht? Wir nehmen unsubradieren. Wir müssen losnütern. Wir haben unsubradiert. Ich will die Decke einstürzen lassen, Entschuldigung, das ist jetzt gerade geplant, klar geht's nicht, aber die gehen noch, was passiert, wenn ich jetzt alle 6 schieße. Wäre schon lustig, wenn das einfach einstürzt hier, weil wären wir alle tot wahrscheinlich, aber es wäre lustig, wenn es geht, so rein vom Spiel-Dings her, vom Spieltechnischen her, das wäre schon irgendwie lustig, aber scheinbar geht's nicht weiter. Oh, ihn war ja gegangen, ok. Scheiße, kann man nicht kaputt machen. Wie so das geht, mag ich das in Absicht, einfach mal zu gucken, ob Venture dafür ein Erfolg gibt. Okay, ist da irgendwas, irgendwas ist hier, warte, da ein Stuhl. Ach quatsch, wir können die rausziehen bestimmt. Und... Genau. Bam. Hups, geh weg, Entschuldigung. Bam. Okay, ich hoffe mal noch schnell, oh Wasser, unter Wasser hier alles. Wunderschöne. Wunderschöne. Ich hoffe, wir haben noch keine Öffnung. Ich denke, das ist ein elektrisches Lock auf der Tür. Mal schauen, ob wir die Kraft finden können. Ich glaube, es ist nicht so geil, wenn wir jetzt hier Strom machen, oder? Der Rekruder hat es gefunden. Ich habe mir gedacht, ob es eine gute Idee ist, in einem Meter und ein halben Wasser stehen zu sein. Das hat nicht lange dauert. Und da ist ein Bruder, das ist vielleicht. Einführen, fangen wir langsam. Ja, Mann. Ich geh jetzt wieder, ich geh. Da war ich zu da dran, in dem Moment. Boom. So. Jetzt kommen wir schnell durch. Wir sind glücklich, dass es nur alte Bücher gibt, um es zu manifesten. Ähm. Das ist Chiri. Ein schöner Ort. Nichts Schlimmer könnte hier passieren. Da ist sie. Flank sie. Sie hat nichts zu gehen. Except durch die Gräte. Ich bin nicht klar, wie die Flankung funktioniert. Was ist da? Oh nein. Oaken Golem oder so? Oh, was ist das? Nein. Oh nein. Was war der erste? Und der zweite. Easy. Die Wand ist nicht wirklich dick scheinbar. Boom. Das ist guterweise nicht. Oh, da ist Schleim. Schwarzer Schleim. Ich habe etwas Neues zum Pack. Das ist das PDS. Plasm-Distribution-System. Das könnte nicht aus-Distinguisch sein. Es kann nicht aussehen. Ich habe keine Schleim. Keine Schleim. Einmal für die Schleim. Einmal für den ersten Bücher. Die Schleim. Die Schleim. Sie haben die Schläge. Die Stöte. Die Stöte. Die Schleim. Und die Schleim. Die Schleim. Sie können nicht. Sie können nicht. Schleim. Nein. Nice. Ich kann mal Leute vollschleimen. Au, lustig. Au, es geht, krass. Ist ja lustig, man kann wirklich damit den Schleimwipp machen, den schwarzen. Das ist ja cool. Okay, scheinbar ist hier nichts weiter. Oh, ja. Okay. Ich denke, das wäre eine sicherste Wahrheit. Das Buch, das sie liest, emittet massiv Energie. Das ist dein Q-Killer. Geh ihn! Ach, da liegen ihre Gebeine, sehe ich grad wahrscheinlich. Das ist ein komischer Bandkreis hier oder so. Jetzt, dass wir sie haben, muss sie ihr Echo verlassen werden. Sie ist weg. Ich denke, wir haben ihr überrascht. Stimmt nicht. Dann müsst ihr trotzdem erstmal rauskommen hier wieder, ne? Soll ich interagieren noch schneller oder so? Okay, I'm on your side. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Haben wir hier ein Hebel, ob wir das öffnen können oder so? Oh. Okay. Okay. Okay, sie ist böse. Sie ist sehr böse. Sie ist sauer. Sie ist sehr sauer. Sie ist sehr sauer. Kann ich ja auch scannen die Podiums? Nee. Komm mal nicht. A1. Oh, oh, oh. Oh, ich mach auch zu den Dreiecken. Ach, daneben. Zwei. Fretter. Drei. Okay. Hier. So, das haben wir. Huch. Okay. Ich dachte mir, wir gehen nicht. Ich weiß, dass wir einen Geist haben. Bumm. Es war meine Falle. Massen Sie den Kerl seine eigene Hand. Ok. Okay. Heißt, was du? Ich habe mir nur so schwer über das Gefühl, was wir versuchen. Ich habe nur die gleichen Dinge. Es war noch zu leicht. Wie sie will das Kodex haben. Ja, wie sie uns diese Wohnung öffnen wollte. Aber warum? Ich habe das alles geflogen. Keine Angst, wir machen das immer alles.